Ohne den Kimo-Korke genommen. Lass uns mal an der Hütte vorbei, nochmal zurück, weißt du? Was? Oh! Oh! Angriff! Ja, ist deine Waffe, glaub ich, besser. Aha. Macht's gut, die Hütte. Hol dir schnell. Boden. Man bricht ab. Er knipst sicher zusammen, Aldo. Der hat so wie... Boden und Kimo-Korke genommen. Ja, das ist das, wenn man da... Wo da keine Sitz hier drauf ist, jetzt weißt du's. Also, was ist denn das für'n Scheiß? Ich glaub, da lernt einer... Da übt einer grad... Will einer Stärke leveln. Aha. Ja. Ja, wirklich. So ging das ja bei mir auch. Aber ich bin dann schnell gestorben, weil die dann alle kamen. Jetzt sind ja deine Granaten dafür aufgehoben. Alter, wie soll ich... Schieß mal über Kimo-Korke. Soll ich schießen, auf was soll ich denn schießen? Nein, nicht schießen. Ja, da musst du halt im Nachkauf gehen. So eine Scheißer. Aber das hab ich auch schon da zugelernt. Bei Mosel immer gucken, ob da was drauf ist. Lass uns mal an der Hütte noch vorbei. Noch mal zurück, weißt du? Was? Zur Hütte noch mal zurück. Alter, bist du nicht kurz vor der Tankstelle da? Ja, da sind's doch jetzt sowieso zu viel los. Ich muss da eine Minute unten hocken, ey. Ach so. Am Strand. Ja, du. Ich nicht. Ja, aber ich will dann auch überleben. SV-18. Oh! Oh! Angriff! Geh auf den Boden, geh auf den Boden. Ja, bin ich schon. Ja, hier bin ich auch noch nie gespawnd. Äh, vergiss den Painkiller nicht. Wir können alte Tankstelle versuchen. Okay. Ja, das spawnen ja meistens auch welche, aber vielleicht ist da keiner gespawnt. Hier rechts in der Halle können auch welche spawnen. Okay. Guck, ob da eine Waffe auf Automatik ist. Ja. Weil, das braucht sich. Okay. Ab und runter. Ich glaube, da war noch keiner. Geil, Kekse. Läuft! Ich weiß nicht, ob wir hier in der Halle wollen. Wir gehen einfach mal rein. Ach, scheiße. Ich habe keine Lampe an der Waffe. Schade. Ne. Scheint etwas sauber zu sein. Dann lass uns hier weg. Zu Tankstelle. Lass mal zu Tankstelle. Da ist ja jetzt ein Hotspot. Hast du die Markierer mit? Oh, ne. Scheiße. Ich habe euch vergessen. Ach, scheiße. Oh, einer. Wir werden beschossen. Vom Hintern. Ah, ist das Gift. Das Gift. Auf dem Dach oben. Ja, ist deine Waffe, glaube ich, besser. Ich habe... Gut. Ich habe vergessen, bei meiner Waffe Dings drauf zu machen. Was denn? Sichtschutz. Da weißt du, dieses komische hunde Teil auf meinem Rotpunkt-Visier. Aha. Ja. So richtig nicht. Aber ist egal. Okay. Weil ich das bei dir auch schon öfter gesehen habe, dass du die Freie hast. Deswegen habe ich wieder... Das ist... Hast du schon so gekauft. Also extra gekauft. Los. Der ist hinten Dings... Scheiße, ich komm welche. Ich hier rein. Ich bin in der Tankstelle. Ich bin diese. Pass auf, da sind welche zu den Gleisen. Weißt du wo? Wie sieht es bei dir aus? Soll ich auch sein? Große, hier bei uns. Muss ich heilen, der hat mich nochmal getroffen irgendwie. Kommt was von vorne? Wird euch die Wand geschossen? Auch wieder nur ein Skeff. Okay. Die waren da hinten im Gebüsch. Da haben sie angerannt. Bist du da? So weit hier. Spring rüber. So, vor uns im Gebüsch, da waren die. Vielleicht sind die jetzt durch den Zaun hier ran. Naja, aber... Jetzt wollten sie auf Wurzeln und dann rennen sie weg. Oder die sind umgekehrt und wollen von der anderen Seite kommen. Lass uns zum Beispiel die andere Seite der Station gucken. Und danach können wir fahren. So sieht ganz gut aus. Jetzt können wir alles durchsuchen. Das ist bei mir. Ja, schon wieder welche. Nicht schießt auf mich. Ich bin tot, Alter. Hast du mich erschossen? Hast du? Ja, Alter. Lass uns raus. Lass uns direkt eine Pille schürfen und... da hoch. Da kommt der erste schon. Schnell rein. Komm mit mir. Ja. Bis hinter dir? Komm, direkt hochkommen. Boah, Alter. Direkt schon einer tot, ey. Leck mich am Arsch. Erstmal direkt weiter. Wir machen jetzt die Mission. Ich hab nämlich keinen Bock dabei auch. Auf die Tür. Da hab ich. Da oben in den Dings. Nein. Mach zu, die Hütte. Hol dir das schnell. Boden? Oben drin. Links in der Ecke. In den Aktenschrank. Ach so. Ah. Okay, hier ist schon einer. Alter. Alter. Ich bin gleich tot. Oh. Ich auch. Warte doch grad zu. Oh, ich sterb jetzt gleich. Ich muss die Flutung stellen. Oh, der hat den Arm kaputt geschaffen. Scheiße. Ich kann nicht abbrechen. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Mist. Man bricht ab. Er knipst sich hier zusammen. Äh. Leck mal. Leck mal. Oh, was für ein Assi-Scheiß. CMS hätte ich gar nicht gemacht. Matthias. Mit dem Kampf CMS. Das dauert 30 Sekunden. Voll mit dem Krieg einfach schön Bein repariert. Das macht doch noch nicht im Krieg, ey. Ich bin mit Team HP da rausgerannt, ey. Wenn die Flieger aufbies, ich bin auch wie abgesetzt, dann wär ich tot.